Jo, schönen guten Tag, der ERA ist wieder da und mit unserem Kollegen Desardé, Desardé, was auch immer, haben wir dieses wunderbare Monster erlegt beim letzten Mal, auch wenn es dazwischen durch ein paar seltsame Bugs gab und wir sind das mal verreckt und so weiter, aber so grundsätzlich, ja, es ist erledigt, ich habe gerade rausgefunden, auf welcher Taste man die Waffe wechseln kann, also für alle, die es interessiert, es ist die V-Taste, dieses Spiel ist halt, was halt wirklich nervig ist, ist, dass man hier die ganze Steuerung nicht konfiguriert, kann, das ist echt eine richtig dumme Geschichte, dieses Ausweichen auf Schiff ist bescheuert, das macht einfach keinen Sinn, naja, egal, auf jeden Fall, Fakt ist, wir haben jetzt quasi dieses Monster, was hier in diesem Schiff da gewohnt hat, gekillt und das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich erstmal aufs Schiff gehen und in die neue Welt starten, das war ja der Plan. Sehr schön. Ja, unser Cousin hat's eilig. Ha ha! Woo! Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Jetzt geht's los, Freunde. Now live link, catch me away. Ist klar, dass jetzt auf meinem Handy hier die Post abgeht, ist logisch, oder? Oh, ein Ladebildschirm. Kurz den Klingelton ausmachen. Sehr, sehr schön. Oh, wir haben Munition bekommen. Und ich bin Level 5. Na klar. Jetzt hätte ich die Quest abschließen können. Guess wo ist das schon? Ja. Oh. Oh. Was ist das? H 잠시만ig. Okay. Oh je Landensicht Krass Wir sind da Ah, schön Jetzt geht das Spiel los Ja, ist ja Gott sei Dank hier Folge 5 Da geht's Ich bin wahrscheinlich wieder die Bummel-Liese Oh je min je Gibt was zu trinken, ist super Oh, wer ist das denn? Ich bin wirklich sorry, diese Doktoren sollten eine größere Mäsche von Kürtese gesehen haben Danke, liebe Doktoren, move along, go and trouble the North Die Pestärzte Okay Man muss was trinken Okay Oh man Okay Okay Ich Okay Also wir haben Kurt Das ist, was ist das, Ausdauerkraft Das ist halt ein Nahkämpfer So, Kurt ist ein Meister Nahkampf und kann Schwererrüstung tragen Ich bin schon gerade verdächtig Handwerk Und Vasco ist Beweglichkeit, Genauigkeit Dual Landen Und außergewöhnlicher Beweglichkeit Mangel an Schutz Ausgleich Ja, das ist so ein bisschen so ein Typ wie ich das bin Okay Okay Aha Also Ich habe ja gehört, man kann hier nochmal umskillen Insofern ist das gar nicht schlimm So, wir haben jetzt erstmal hier Einen Punkt Ja, die Frage ist Kausum Stahl, was kommt? Ein fester Tritt Verheerender Tritt will ich eigentlich nicht Rolle, wäre ganz cool Zweihandklingenwaffen Ja, Gewehr Gewehr wäre auch geil Ich gehe mal Richtung Gewehr Das finde ich ganz cool So Attribute Haben wir nichts Und jetzt hätten wir hier talentmäßig zuschlagen können Aber Jetzt nehme ich definitiv das Schlosserknacken So Weil das waren mir zu viele Kisten, die ich da Zurücklassen musste Das geht gar nicht So viel Loot und Beute, die mir da entgangen sind Okay So ein Nachfolger Das ist aber schon ein bisschen seltsam, oder? Dass er mich jetzt hier unterstützen soll Das ist ein bisschen eigenartig Sind wir mal ehrlich So, das ist jetzt also quasi hier die neue Welt Das sind meine Schiffsjungen und die Suffköppe Okay Okay, trifft die mit Konstantin im Palast Will ich gleich in den Palast Oder will ich mich erstmal ein bisschen umgucken? Ich glaube, wir werden uns das mal angucken, ja oder? Gucken wir hier Dann können wir hier mal Patronen mitnehmen Prachtvolle Federn Oho Noch eine Kiste Stoppende Falle Sehr gut Gebiet der Nauten Okay Also wir dürfen hier quasi jetzt nicht rein Sonst sind wir wieder der Abschaum der Welt Kann ich auch wieder nicht drüber klettern Ärgerlich Ärgerlich, ärgerlich Wenn man nicht hüpfen kann Führt das halt immer zu so Schlauchlevels Das ist immer ein bisschen ärgerlich Ja, der hier Ich möchte Also diese Lagerhäuser könnte man tatsächlich mal ansteuern, aber Dann müssen wir uns irgendwann mal verkleiden So, was ist denn hier? Wer oder was bist denn du? Kann man mit dir reden? Nö, sagt auch nix Ja, Gebiet der Nauten, siehste Das kriegst du immer schon angezeigt Hier könnte man über den Zahn klettern Oh, habt ihr den gesehen? Aber da dort auch eine Wache steht Ist das tatsächlich relativ egal Ich will mich jetzt nicht mit den Nauten anlegen Oder mit irgendjemandem verscherzen Keine Ahnung, wen ich da noch wie brauche, ne? Wir sind ja schließlich von der Händler-Kongregation Okay Oh, 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 okay Also wir sollen Dann bestimmt mit ihm Müssen wir dann mal da hingehen Moment Nebenquests Ja, genau Die Groschengarde Okay Warum kriege ich das nicht angezeigt? Seid ihr komisch? Informiere die Träger Das ist ja immer noch Das ist ja immer noch die gleiche Quest Die funktioniert ja gar nicht Das hat schon so ein paar Ecken und Kanten Die ganze Veranstaltung Das war schon mit dem Ich kann Leute nicht vergiften Weil ich es einfach nicht kann Und das ist Das ist ein bisschen ärgerlich Wenn ich ehrlich bin So Jetzt muss ich mit irgendwelchen Trägern reden Die hier gar nicht da sind Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Ja gut, wir sind hier neu Da können wir erstmal alles leer plündern, denke ich Guck mal, hier kann man auch wieder lang Hoffentlich gibt es hier noch ein bisschen Was ist denn was? Munitions zum Beispiel Umwand ankommen, nehme ich gerne hin Sonsten ist das ja alles zu Willkommen zurück Ähm, ich war noch nie hier Okay, ist alles zu teuer Das kann ich mir alles Gar nicht leisten Schwere Zweihandwaffen Das wäre das einzige, was wir benutzen könnten Der uralte Kavalleriesäbel Alte geschwärzte Donnerbüchse Kleines Gewehr Macht mehr Schaden Aber da fehlt uns Der Gewehrskill, siehst du Doppelhahnpistole Doppelhahnpistole Wir lassen uns das mal so Wir lassen uns das mal so Dim, 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 dim Alles voller Kisten, die gelootet werden wollen Da wird sich da bestimmt auch eine Waffe und ein bisschen Rüstung und so finden lassen Ich denke, da werden wir mal Erstmal nichts kaufen Ja, es ist ein bisschen Ja, man merkt halt, es ist halt kein Triple E-Titel hier Ist einfach Fakt Es fühlt sich alles so ein bisschen Nicht ganz fertig an Aber ja, es lässt sich gut an Insofern, wir werden uns nicht beschweren Mir fehlt das Springen Das sage ich jetzt jede Folge Bis es irgendwann mal die Option zum Springen gibt Und hier komme ich nicht hoch Aha Ich bleibe mit dem Hut hängen Wenn ich mich jetzt ducke, komme ich dann hier durch Ne Wieder eine unsichtbare Wand Ja, ja, ja Ja, ich will jetzt gerade erst mal so ein bisschen hier Die neue Welt plündern Dafür gibt es ja so eine neue Welt Ne, wir sind ja damals auch nach Amerika gekommen Um das erst mal leer zu plündern Dumm, didim, bim, 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 bim Das ist ja was Das ist ja sehr schön Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön Haben wir hier noch was Hier haben wir noch nicht Ich habe keinen Schlüssel für die Kiste Dafür brauche ich natürlich Schlösserknacken 2 Keine Frage Also das ist also absolut Absolut relevant Dass man da Schlösserknacken 2 braucht Aber ich werde als nächstes Charisma weiter steigern Das sage ich euch gleich Ich will Charisma auf Maximum kriegen Das ist nämlich echt Glaube ich eine richtig, richtig gute Geschichte Wenn man sich hier aus so Sachen rausquatschen kann Bin ich immer ein großer Fan von Jetzt drehen wir wieder um Ach Gott, hier gibt es aber viele Kisten Die man so leerräumen kann Jetzt schreit er mich wieder an hier, der Kollege Das ist nicht gut Hör auf zu schreien Das ist schweineteuer und Hier unsere Fahrer Trifft die mit Konstantin im Palast Und die andere Mission hier Die ist tatsächlich noch offen Da ist eine Kiste Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Maus Hast du gedrückt? Diese Kiste will ich mal gucken Das war ja eine Truhe Das wird ja dann schon ein bisschen was wertvolleres sein Hier Pass auf, Schlösserknacken 2 Nee Okay Sehr gut Jetzt rennt man hier so durch die Gegend Und dann schaut man mal Was man hier so alles lustiges plündern kann Wir werden jetzt trotzdem erst mal zum Palast gehen Und mal mit unserem Cousin reden Und dann wird sich alles weitere finden Denke ich Wer auch immer du bist Wer bist du denn? Die Eingeborenen Die Eingeborenen Okay Das scheinen die Eingeborenen zu sein Oh, super Jetzt muss ich jemanden rausnehmen Vielleicht die Klingenelementarmagie mit hoher Reichweite Dann nehme ich Vasco raus Und nehme sie Und nehme ich sie dazu Okay Weil Kurt hätte ich gerne immer dabei als Tank So, das ist glaube ich ganz geil So, wenn man hier so eine Truller an der Hacke Guck mal Guck mal, Neues Palast Kann man den erstmal leer räumen? Der gehört doch dem Cousin Kann man doch bestimmt ein bisschen was abräumen Wie Guten Tag Guten Tag Ich bin der Stinkefinger Ich möchte gerne alles klauen Haben wir nichts Ihr habt nichts zum Klauen Das ist doch ärgerlich Der Berater für diplomatische Angelegenheiten Mit dem möchte ich nicht reden Das wäre ja noch schöner Dass ich mit dem Typen einfach so rede Ja Wo kommen wir denn da hin? Wenn ich mit jedem dahergelaufenen Es geht jetzt alles auf Krass Okay, also dieser Palast scheint dann doch ein bisschen Besser ausgestaltet zu sein Aber er ist halt leer Das ist eine Küche Ich habe einen Dienstbodenschlüssel Das ist gut Okay, wofür auch immer Ich glaube, was ich hier gerade Oh, was ich hier gerade mache Oh, nee Leute Das Sowas hasse ich ja wie die Pest Wenn du so Begleiter hast Und die stehen dir im Weg rum So am liebsten Bei Conan Excise Sag ich euch Conan Excise Voll der Oberknaller Die Pferde Die Pferde, die es einfach schaffen Immer quer im Gang zu stehen Immer Die kriegen das immer hin Dass du nirgends lang kommst Das ist ihre große Spezialfähigkeit Und wenn das meine Begleiter ja auch machen Dann gehe ich ohne Ich sag's euch Bringe ich euch alle um unterwegs Hier geht's in den Keller, oder? Immer cool so ein Keller Das ist schon krass Also hier ist noch so Was haben wir hier? Vorräte, Vorräte, Vorräte Ich brauch Heiltränke vielleicht Wäre immer ganz cool Ähm Wie sieht denn das eigentlich aus hier? Hm 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 Jetzt hab ich einen Haufen Fallen Das ist ja ganz geil Würde mich schon Würde mir schon mal was bringen irgendwann Das ist sogar ein riesiger Vorratskeller Ohne dass was drin ist In der Straße kann ich alles mitnehmen Das ist alles voller Truhen Die ich leer plündern kann Der Vorratskeller hier hat nichts Also Das sieht aber auch gar nicht aus wie ein Vorratskeller Jetzt hat er hier Schränke Büro Hier schläft einer Wer wohnt denn hier im Keller? Bitte schön Da liegt Geld Das ist ein bisschen eingartig Wer wohnt hier im Keller? Warum stehen Bücherregale hier im Keller? So geplünderte Bücherregale Vor allem Wer hat das hier hergesteppt? Ich denke wir haben diese neue Welt jetzt erst entdeckt Das ist alles ein bisschen seltsam Also ich sag mal Das ist jetzt nicht so Wie bei Tine Wittler Die hätte das nicht so eingerichtet Aber Tine Wittler kennt man auch schon nicht mehr Das ist Ich bin nämlich alt Freunde Ich bin jetzt offiziell Also wenn dieses Let's Play hier kommt Bin ich offiziell richtig scheiß alt So richtig eklig alt Und ich hab es leider nicht geschafft In meinem Leben es zu irgendwas zu bringen Ich hab einen Haufen CDs veröffentlicht Die keiner kaufen will Ich hab einen Haufen YouTube gemacht Was keiner sehen will Ja Das ist dann tatsächlich leider so ein bisschen schief gegangen Na dafür hab ich eine Familie Immerhin Immerhin Und ich hab so einen normalen Job Ist auch okay So Ich will hier nicht groß rum betteln Ich sag's nur Ich bin nichts alt Das ist so ein bisschen Ich wollte vor 40 aufhören mit Arbeiten Hey dear cousin Tja Ich bin die ganz hübsche Ich bin die Kran 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 Das ist unglaublich Du bist so ähnlich Du bist so ähnlich Du kannst dich mit Beziehungsstern Wenn du mir auslösen Ich würde mir auslösen Ich würde mich ein Mission mit meinem Kanzin Sie haben hier viel länger als wir haben. Vielleicht haben sie ein paar Worte gemacht, um eine Verkür für die Malachur zu finden. Entschuldigung, Mal, aber ich habe einen Anruf für Sie. Meine Leute brauchen Ihre Hilfe. Ich dachte, wir können uns zusammen mit dem Thema diskutieren, aber bitte, sprechen Sie auf Ihren Frieden. Die Allianz, die Brücke Allianz und meine Leute sind in Krieg. Oh. Die Brücke Allianz. Jawoll. Gehen und mit dem... der König, mein Lieber. Probierst einen Ende für die Konfrontation für den Zeitpunkt. Ich komme mit dir. Es dauert mehr als eine Person, um meine Mutter zu verbreiten, um unsere Weapons zu verbreiten. Perfect. Geh Kurt, mit dir und jemanden, die du mit dir benötigst. Ich habe gesagt, dass die Straßen nicht sicher sind. Sicherlich. Okay. 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 Na, das ist ja erstmal ganz schön. Wir müssen jetzt erstmal mit den ganzen anderen Kolonialmächten verhandeln. Das ist halt schon so ein bisschen so dieses Amerika-Entdecken-Ding, oder? Dann kann man sich auch mal mit den Eingeborenen zusammentun. Hier bin ich hochgekommen, richtig? Ja. Mal gucken. Ach, dass diese Türen immer wieder zu gehen. Oh, Leute. Ehrlich mal. Das ist echt assi. Lasst doch die Bretter offen. Manchmal will man ja bloß mal gucken. Ja. Guck. Siehste? Das wollte ich nämlich nur mal nach... Ja, ist klar. Türe wieder zu. So. Ja, die breche ich jetzt lieber nie auf. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber wir können ja mal hier gucken, was hier oben noch kommt. Neu Serene. Ähm. Okay. Ja. Das Setting ist genial. Also das Setting ist tatsächlich ziemlich cool. Das hat man sich da durchaus gut überlegt. Finde ich schön. Mal was anderes. So. Im ganzen Fantasy-Einheitskrempel. Aber jetzt mal ohne Mist. Dieser Palast. Jetzt mal ohne Scheiß. Der ist ja nun wirklich knüppelleer. Ein Konstantins Büroschlüssel. Sehr gut. Jetzt weiß ich, wie wir dort reinkommen. Ja, aber ich muss jetzt erstmal hier alles untersuchen. Das lockt. Super. Es ist übrigens total geil, dass jetzt tatsächlich... ähm. Der Dienstbodenflüssel. Okay. Dann habe ich ihn jetzt halt genommen. Es ist halt total krass, dass das jetzt tatsächlich hier ähm... schon wieder nicht mehr reicht mit dem Schlösserknacken. Das war glaube ich ein Fehler, Schlösserknacken zu nehmen, weil es mich einfach überhaupt nicht vorwärts bringt. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Vor allem ist die entscheidende Frage. Wo bin ich jetzt gelandet? Und... Was habe ich hier davon? Hier ist ein Arbeiter. Eider taus. Das... Was auch immer ich jetzt hier angestellt habe, ich finde es gerade ein bisschen seltsam. Ich habe ja hier gar nichts von der ganzen Veranstaltung. Okay. Da ist wieder unser... 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 unser Lehrer. Und jetzt sind wir wieder hier oben. Super. Gucken wir mal hier rein. Hier gibt's auch nix zu holen. Ach komm, hör doch auf. Guck mal hier rein. Hör doch auf. Nichts. Echt jetzt? Jawoll. Jawoll. Ski Popolski. Ach Wüste. Dafür habe ich jetzt den Schlüssel geholt, dass dann nix drin ist. Ich gehe jetzt noch mal gucken, dass wir noch was anderes finden. Ich weiß nicht, mein ganzes Schlüssel verklopft hier. Naja. Aber normalerweise passt der ein Schlüssel auch bloß in den Schloss. Insofern sollte das auch egal sein. Oh. Was ist das denn? Magisch. Oh, hallo, Mr. Skelettmann. Ist schon so ein bisschen Hexen... Zauberbude, aber... Pfff. Es gibt hier nix zu holen. Es gibt hier nix zu holen. Leute, ich bin gekommen, um Beute zu machen. Seid denn ihr verrückt? Wo oben ist die Penne? Badezimmer, wa? Ja, toll. Ja. Schick hat er es ja hier, der gute Mann. Aber... Hm. Noch eine Pennezimmer. Na gut. Und jetzt können wir hier wieder runter steigen. Okay. Einmal die komplette Runde. Ah, das mache ich jetzt. Und dann gehen wir mal in den Flur und gucken mal, was der Kollege zu sagen hat. Schauen wir mal. Lululululú. Schöner Hüpfer. Schöner Hüpfer. Schöner Hüpfer. Desardés. Natürlich. Thanks for coming. I know you're very busy, but I need your help. Meine Hilfe... Danke, dein Marcel has asked me, to draw maps to facilitatehalt, Oh Gott, ja, ja. Ja, das mache ich. Oh Gott, um mich Riesenviecher umhauen. Ja, wir suchen diesen komischen Professor, das kriegen wir hin. Ja, ja, ja. So, machen wir das. So, okay, Freunde, und jetzt kann ich euch sagen, ich muss tatsächlich, ich muss jetzt auf die Toilette. Das heißt, das ist der richtige Moment, um diese Folge zu beenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es weiter. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.